Eine Welt ohne Internet und Smartphone? Undenkbar für die Generation Z. Durch die unzähligen Social-Media-Plattformen lernen die jungen Leute, wie einfach es ist, schnell Geld zu verdienen. Sei es als Online-Influencer über Affiliate-Marketing, Dropshipping, einen YouTube-Kanal oder andere Business-Modelle. Aber ganz so einfach ist das nicht. Mehr als 90% geben ihre YouTube-Kanäle wieder auf, bevor diese monetarisiert sind. Solange die jungen Menschen zu Hause bei ihren Eltern wohnen, spielt es noch keine Rolle, wie man eine Familie ernähren soll, wie man seine Miete bezahlen soll oder wie man generell für seinen Lebensunterhalt aufkommen muss. Der Traum von einem Online-Business zu leben ist absolut okay, aber man sollte sich nicht einzig allein darauf verlassen, dass es klappt. Die Konkurrenz ist groß und nicht jeder wird es schaffen. Man braucht eine Menge Geduld und Ausdauer. Fähigkeiten und Kenntnisse, welche einen wirklich immer ein Einkommen garantieren und einen Job sichern, kann man durch eine Ausbildung erlernen. Dieser Grundstein für eine gesicherte Zukunft sollte jeder legen und in Betracht ziehen. Schließlich kann aufbauend auf einer Ausbildung auch eine Karriere in der Selbstständigkeit möglich sein. Lasst euch bitte nicht von dem versprochenen schnellen Geld locken, welches die Influencer versprechen und findet etwas, was euch wirklich Spaß macht. Einen Job, mit dem ihr euch vorstellen könnt, euer Leben zu verbringen und was ihr wirklich gerne tut. Heute haben wir für euch fünf Top-Ausbildungen mitgebracht, welche den Grundstein zu finanzieller Freiheit bieten können und euch eine geregelte Zukunft bieten. Nummer eins sind unsere Ausbildungen im Bereich Handwerk. Der Fachkräftemangel in Deutschland steigt immer mehr an. Besonders in handwerklichen Berufen gab es in den letzten Jahren fast 240.000 unbesetzte Stellen. Die Betriebe wollen die offenen Stellen mit Personal besetzen, welche eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. Neben dem Fachkräftemangel ist auch jede sechste Ausbildungsstelle im Handwerk unbesetzt, welches eure Chance sein kann. Die beliebtesten Berufe im Handwerk sind zum Beispiel für Männer, Elektroniker, Metallbauer, Tischler oder Kfz-Mechatroniker, während Frauen häufig handwerkliche Berufe in den Ausbildungen in den Bereichen Friseurin, Augenoptikerin, Zahntechnikerin oder Konditorin bevorzugen. Die durchschnittlichen Ausbildungsgehälter liegen im Handwerk natürlich leichte Abweichungen je nach Beruf bei ca. 750 Euro im ersten Lehrjahr und steigern sich dann bis zum vierten Lehrjahr auf 1400 Euro. Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einer der vielen Sparten des Handwerkes bietet sich euch die Möglichkeit, eine Meisterprüfung abzulegen, welche euch den Weg in die Selbstständigkeit ebnet. Seid ihr euch noch nicht sicher, welche Ausbildung die richtige für euch ist, könnt ihr auch in Form von Praktika in die Berufe rein schnuppern oder euch bei einer Berufsberatung informieren. Unser nächster Ausbildungsberuf ist der Kaufmann für Großen- und Außenhandelsmanagement. Kaufleute sind super wichtig, damit alle Geschäftsprozesse sauber laufen. Ihr könnt bei diesem Beruf effiziente Arbeitsabläufe sicherstellen, beim Unternehmenswachstum mitwirken und tragt zum finanziellen Erfolg des Unternehmens bei. Im Groß- und Außenhandelsmanagement seid ihr direkt an der Schnittstelle zwischen Produzenten und Handels- und Industrieunternehmen. Ihr kauft große Mengen an Waren ein und verkauft diese anschließend weiter. Das können Lebensmittel für große Ketten oder Industriebetriebe sein. In diesem abwechslungsreichen Job beobachtet ihr das Geschehen und Preisentwicklungen am Markt und verhandelt mit Kunden und Lieferanten die Preise. Nach der Ausbildung bieten sich euch die Perspektiven zur Weiterbildung zum Fachwirt, wobei ihr dann im mittleren oder höheren Management tätig sein könnt. Ihr könnt mit einer Ausbildungsvergütung von 750 Euro im ersten Jahr bis zu 1250 Euro im dritten Jahr rechnen. Der dritte Ausbildungsberuf heute ist der Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Was ein Kaufmann macht, haben wir eben im letzten Beispiel schon gehört. Eure Aufgabe in diesem Beruf ist die Betreuung der Menschen in allen möglichen Versicherungsfragen. Dabei lassen sich die gängigen Versicherungen nennen wie Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Sollte der ungewünschte Fall eines Schadens eintreten, dann prüft ihr den Leistungsanspruch des Kunden und leitet alles weiter in die Wege, damit der Kunde möglichst seine Leistung erhält, für die er versichert ist. Zusätzlich seid ihr fit in der Finanzberatung. Die finanzielle Vorsorge ist super wichtig und ihr beratet die Leute dazu, damit jeder hoffentlich später finanziell versorgt seine Rente genießen kann. In diesem Beruf sind 1170 Euro im ersten Jahr bis zu 1330 Euro im dritten Jahr euer Ausbildungsgehalt. Als nächstes haben wir euch den Fachinformatiker mitgebracht. Geht es denn klassischer in der IT als Fachinformatiker? Dieser breit gefächerte Beruf mit den Themen Systemintegration, Anwendung, Entwicklung und digitaler Vernetzung lässt euch zu einem absoluten Experten- und IT-Fachmann wachsen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass immer mehr Jugendliche und junge Menschen diesen Ausbildungsweg wählen. In einer immer digitaler werdenden Welt bieten sich für euch ungeahnte Möglichkeiten für eure Zukunft. Bringt ihr technisches Verständnis, analytisches Denken und Begeisterung für Computer mit, dann seid ihr hier genau richtig. Weiterführen boomt übrigens die Cyber-Security, mit der ihr in der Spezialisierung richtig gutes Geld verdienen könnt. Euch winken in der Ausbildung im ersten Lehrjahr einen Lohn von mindestens 981 Euro bis hin zu 1261 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Der fünfte und letzte Ausbildungsberuf heute ist etwas aus dem sozialen Umfeld. Hier sind alle Menschen genau richtig, welchen das Arbeiten mit hilfsbedürftigen Menschen am Herzen liegt. Auf euch wartet die Ausbildung zum Pflegefachmann oder Frau. Diese Ausbildung gibt es erst seit 2020 und beinhaltet drei verschiedene Berufe. Den Gesundheits- und Krankenpfleger, den Altenpfleger und den Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Im Jahr 2022 haben über 50.000 junge Menschen eine solche Ausbildung begonnen. Habt ihr diese Ausbildung abgeschlossen, dann könnt ihr Patienten optimal betreuen, pflegen und zu deren Genesung beitragen. Ihr könnt später in Kliniken, Krankenhäusern oder bei ambulanten Diensten tätig sein. Nach der Ausbildung könnt ihr diverse Anpassungsfortbildungen machen, also um weiteres fachliches Pflege-Know-how zu sammeln oder Aufstiegsweiterbildung in Angriff nehmen für eine Position im Management, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Ausbildungsvergütungen für euch sind hier im ersten Lehrjahr mindestens 1.230 Euro bis 1.503 Euro im dritten Lehrjahr. Wenn ihr einen Schritt weiter gehen wollt nach der Ausbildung und entsprechender Erfahrung und Qualifikation gesammelt habt, könnt ihr auch euren eigenen Pflegedienst eröffnen und als Selbstständiger arbeiten. Das waren unsere Top-Ausbildungsberufe für euch. Bleibt gesund und bis bald! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal!